Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 4! Endlich mal wieder dabei der Sascha und auch dabei wieder der Squad! Hallo, ist alles so laut? Wir spielen Operation Mörser und Sascha hat unser Boot gesandet und deshalb werden wir jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Also ich muss sagen, mir gefällt die Map, also ich fühle mich fast wie im Urlaub. Sandstrand, Schwimmkurse. Ein paar Terroristen abknallen. So, nebenbei mal ein Jet hochjagen. Ja, richtig. Saftsack. Ja, Mobility-Kill! A oder G. Wohin gehen wir? Was? Also ich würde jetzt hier Richtung... Wie ich Mobility-Kill mache und der Typ einfach trotzdem... Der wird nämlich gerade eingeladen. Wir müssen C jetzt. Das Problem ist, ich habe einen Sniper. Das ist gar nicht so geil. D ist links von uns. Ich habe auch einen Sniper. Ha! Destroyed! Ich habe ihn erwischt. Hier drin, hier drin in dem Häuschen ist wohl anscheinend jemand. Oder zumindest ist da unser Mate. Ah, da ist ein Schiff links von uns. Schiff links von uns. Ich markiere das Schiff. Okay. Wo? Ich habe es markiert links auf dem Wasser. Oh, da sind divers auf dem Spot. Ja, ich weiß nicht. Aime gleich runter mit meiner Sniper. Oh, Schüsse von links. Von links. Der, Leute, der steht oben auf dem Stein. Achtung! Oh, hinter uns! Ach, hinter uns. Verdammt! Fuck! Der November BF hat uns gerade alle getötet. Ja. Nee, nee, das ist ein Blutze. Oh, ich weiß, das ist immer wieder die Klasse, ey. Mit Umbrella-Korb-Zeichen. Sollen wir E gehen, oder? Ich bin jetzt bei B gespawnt. Ich spawn einfach bei dir. Dann können wir hier Mate-Action machen. Kann man das eigentlich ausschalten, dass einfach dieses Rotlicht, wie es hier an ist? Weil das stört voll, finde ich. T! Ja, mit T kannst du das ausschalten. Das weiß ich aber halt von Anfang an. Weil das ist halt immer an... Oder wie geht's denn hier raus? Alles klar, ich bin auf die falsche Seite rausgegangen. Fuck! Das ist halt immer an von Anfang an und das stört mich auch. Mx4 Service da. Ist das meine Waffe? Ja. Oh Gott! Dome-Action! 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 Ja! Ich hab ihn noch nicht mal schießen sehen! Fuck! Ich fall nur tot um! Da steht doch einer in der Ecke mit 100 HP. Die sind alle oben drauf auf dem Tower. Ja, es hat mich aber der gekillt, der in der anderen Ecke stand. Oh Gott, Heli! Ach! Spawne ich bei Sascha und bin sofort wieder tot. Sorry! Oh! Oh mein Gott! Da hab ich auch direkt nen Headshot bekommen. Ey, der aimt ab. Ja, unten auch. Unten, oben. Nicht mehr da spawnen. Lass das einfach. Eieieiei. Da kriegste keine Übersicht rein. Oh mein Gott! Hilfe! Ich bin hier noch auf dem Spot! Das schnell zu F! Jaaaa! Respawn mich während einer um die Ecke guckt! Hör dir grad einen nach dem anderen. Easy. Ja, ich krieg ja mal keinen Fuß zum Boden. Dass ich mich mal irgendwie verstecken kann. Wo ist denn Scrawley? Scrawley ist immer noch da. Ja. Die kommen. Wir nehmen hier den Spot jetzt ein. Ja, ich bin dummer. Die kommt von unten. Lenn, ich geb dir Schirr. Der kommt hier. Jaaaa! Natürlich! Vier Leute! Fünf Leute! Sechs Leute von unten! Oh mein Gott! Und die sterben alle nicht! Nicht einer! Die kommen hoch! Die kommen hoch! Alter, was für eine App hast du mir denn gesagt? Die ist eine halbe Gigabyte groß! Es ist ein LOL für das Handy! Was erwartest du? Ja, dass die Handy-App nicht über 50 Megabyte groß ist! Ne! Boah! Boah! Ja, Sascha, das ist halt eine richtige App und keine Kindergarten-App. Und ich drücke immer die App auf. Auf! Außerdem lädst du dir damit kostenlos Pornos runter und alles. Geil! Richtig toll! Auf! Ein Must-Have! Für die guten Porno-Liebhaber der G.O.D. ein Must-Have! Ein Must-Have! Ah! Wow! Wow! Oh Gott! Ich hole den Hauker! Ich mach wieder Flachwitze! Winke Seite! Hab Fahrzeug ausgeschnallt! Nein! Hinter mir! Oh! Wir brauchen Ansagen, Sascha! Ja, was weiß ich denn? Hinter mir! Ach, die rushen den! Ich glaub, die wollen wieder hier hoch rushen! Ja, aber von woanders aus! Glaub ich! Ja, wir sind aber oben auf der Burg! Ja, aber da war ich nicht! Sollen wir mal woanders hingehen? Ich glaub, wir auf der Burg sind gerade genug Leute! Ich folg dir einfach mal unauffällig! Ja, komm! Entschuld' erst mal den Heli! Gehen wir mal auf C, Sascha! Pass auf! Der Snacken-Tank! Aua! Ja, alles klar! Ich werd getroffen! Loll! Von hinten! Nein! Ich hab meine Pistel zu langsam gezogen! Der hatte noch 6 HP! Ich hätte durchziehen sollen! Fuck it! Ich hab gedacht, oh, wechsel schnell! Aber war nicht so die gute Idee, glaub ich! Gehen wir hier zu Sam hin? Der nimmt eh ein! Für Sam mit die Sam? Ja, gehen wir! Ja, komm! Ich will bei Sam spawnen! Pass aber auf! Der Spot hier ist nicht so safe! Ich hab's nicht so viel! Ja! Ja! Okay! Ich bin schon weg! Da kommt einer von links! Oh mein Gott! Ich bin fast tot! Wow! Ich bin direkt Totspieler, ey! Ah, verdammt! Stehen sie alle! Da ist ein Tech! Da ist ein Tech! Bei dir? Dascher, lass es auf das Bootmobil hier hinten gehen und dann flüchten! Komm schnell! I'm rushing! Welcome here! Welcome here! Ja, vorne! Warte! Ich dreh um! Ich bin da! Ich komm nicht grad! Nein! Jetzt zieh mal doch Tickets um! Ich krieg voll auf die Fresse! Lol! Hä, wie hat der bitte da runtergeschossen? Ja, natürlich! Auf der anderen Seite steht auch einer! Die nehmen grad wieder F ein! Go frack yourself! Ja, du mich auch! Ach, war das schön gerade! Ich hab mich ein bisschen, ein bisschen gut gefühlt! Lol! Okay, ich bin direkt tot! Alles klar! Ich spawne nicht auf F! Da seid ihr instant tot! Nee, ich spawne bei A und Alles klar! Sterbefassungen! Los! Boah! Komm, lass uns mal, lass uns mal ein bisschen Boot fahren! Ich hab jetzt das fette Boot! Das sagt er mir jetzt! Ich kann noch mal ankommen mit dem F! Ja, wie er mich sieht! Ich bin bei B! Weiß man noch nicht, wie ich da an die rankommen soll! Hier sind diverse Flugs und alles, aber... Ich steig mal aus! Ich war ein nicht... Nicht bewegender Punkt! Über 200 Meter! Und der Typ hat schon auf mich geschossen! Und mich scheinbar auch markiert! Weil die anderen haben mich gefunden! Dieser Mikuzoul, der geht so ab in seinem Scheißding, ey! Der fährt einfach durch die Map und tötet einfach alles! Jaaa! Wie viele Headshots willst du denn noch... ...kriegen? Ah, meine Güte! Ammo Iron... Sterbt! Yo! Doppelkill! Doppelkill mit der Granate! Doppelkill mit der Granate! Doppelkill mit der Granate! Doppelkill mit der Granate! Wa! Ja, was machen wir? Ja! Sterb! Ich spawn jetzt doch nochmal bei Bladdic, wenn der mal irgendwie nicht möchtet! Ja, Bladdic ist... Okay? Aber ich hab noch einen gefunden! Ich hab noch einen gefunden! Alles klar! Bester Spawn! Bester Spawn! Der Tank ist direkt neben mir! Wir haben noch einen zweiten gekriegt! Da schießt jemand mit einem scheiß Granatwerfer auf mich! Läuf bei dem! Wir haben noch einen gekriegt. Läuf bei dir, Strah. Mach mal dein Ding aus, bitte, Sascha. Dazu rück mal Tee. Oh. Das war besser. Oh! Ich hab ihn. Sieht mal das Ruhpunkt echt so stark? Das siehst du auch durch Wände durch, das ist Buggy. Das ist ja das Problem. Deswegen schalte ich das auch immer aus. Wir müssen was gegen den Ding machen. Wegen den Tank, ne? Ja. Kann man uns sonst irgendwie vergrößern? Ja, was für ein Affe. Flieg mit dem Jet ins Boot. Wie low ist denn das? Für die einen nach dem anderen. Fuck! Da hat er mich gekriegt, da. 12-7. Das hab ich gerade wieder aufgeholt gehabt. Er mich hat auch die M249 getötet. Alles klar, alles klar. Ich werd am Spawn direkt getötet. Wo soll ich denn spawnen? Sascha, soll ich bei dir spawnen? Aber da brauchen wir Anti-Tank. Genau, ich bin wieder in der Nähe von B. Da brauchen wir Anti-Tank, da nehm ich meine RPG mit. Und ja, das müsste passen. Ich bin beide. Ich muss aber sagen, mir gefällt die, ne? Die echt gut. Und ich, ich hab die jetzt, ich spiel die jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal. Mach langsam Sascha, bin hinter dir. Nicht so laut, sonst hören sie dich. Oh Gott! Als ob! Alter, okay. Da spielt die, äh, die APK. Die ist... extrem schnell. Hab ich gemerkt. Ja, genau. Achso, auf der anderen Seite. Ich würd grad schon sagen. Ja, okay. Der läuft die ganze... Der läuft die ganze Zeit nur hin und her und aimt dort ab. Aimt dort ab? Dann wieder im Gefecht. Bin ich schon wieder? Du warst zumindest gerade im Gefecht. Warte. Warte. Da sitzt einer drauf und repariert die Sau. Lauf, da kommt ein Tank von der linken Seite. Ja, destroyed! Sucker. Ja, komm, was willst du denn machen gegen den Tank, blöde? Minen! Mine! Ja, der Tank, der kriegt jetzt erstmal gleich richtig fette RPG von mir in den Arsch gedrückt, ey. Ich glaub, das gefällt ihm nicht so gut. Das ist mir egal. Das hat ihm auch nicht gefallen, er soll Schmerzen leihen. Das wird er. Weil der ist schon tot. Ah, traust dich nicht mehr, hast dich lieber selbst zerstört, bitch. Okay, ich würd hier abgeschossen, oh mein Gott. Ja, komm. Fuck. Alles klar, was mit meiner Leiche ab, ja. Ein Kill, ein Tod, ein Kill, ein Tod, bäh. Wenn's bei mir mal so wäre, ich spawn und bin wieder tot. Ich bin bei Neuro und wir haben eben gerade elf. WTF! Elf leben, ich bin gleich tot. Drei, zwei, eins, sag ich doch. Sascha, ich bin bei dir. Mit dir an meiner Seite werde ich das schaffen. Und ich bin tot. Das hat ja gut geklappt. Der hat C4 hier hingesetzt gehabt. Sascha, direkt rechts bei dir steht, er um die Ecke. Jetzt kommt er. Als ob der nicht stirbt. Oh Gott, hier sind zwei. Ja, GG. Alle nach G, oder was war das jetzt? Wir waren auf C, aber keine Ahnung. Nee, weil du sagst GG. Okay, alle nach G. Wow. G, G, G! How low can you go? Ja, da hinten ist ein Tank. Oh, die Waffe ist auch so scheiße, der hat 7 HP gehabt noch. Okay, ich brauch was anderes. Die drückt nicht so gut, wie ich mir das erwartet hab. Leute, was ist der Plan? Wir liegen hart zurück. Ja, ich weiß. Der Plan ist jetzt erstmal... Können wir auch nicht viel machen. Das sind diverse Gegner. Also das ist echt zu viel, als dass man was retten könnte. Ich bin da. Na, bleddig, jetzt soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Loben? Ich lobe nichts. Man soll ihnen auch nicht sagen, du bist scheiße. Du Stückscheiße, du Tag. Geh, lass uns auf C gehen. Ja, aber hier sind viele Leute in der Nähe. Ist egal, wir töten sie alle. Borgen können sie jetzt nicht mehr. Drückt, wenn ihr jemand in C erstmal, erstmal Q. Zum Beispiel so. Da bin ich. Wenn jemand Heal braucht, sagt Bescheid, ich hab da einen Heal da. Ja, ich hab 46. Ich bin in der Hütte bei C. Ja, ich hab hier in der Hütte, mitten drin liegt ein Medikit. Ah ne, nicht bei C. Kurz vor C. Versuche zu dir zu rennen. Aber 27 Leben, das ist nicht vielversprechend. Bei mir ist das Medikit unter die Map gefallen, aber ich bin wieder bei 4. Bin da, bin da. Schmeiß mal hin. Hab ich. Okay, wir gehen weiter hoch auf links. Wir verlieren gerade E. Nur so nebenbei. B. B, da steht doch bestimmt noch der Tank oben drauf. Ne, das ist die Burg. Der wird gerade gestürmt. Der wird gerade hart von uns gestürmt. Kommt, Leute. Doch, da oben ist noch der Tank oben drauf. Der letzte Sturm. Alles gleich, wer von hinten weggeschossen. Komm, Dudes. Let's do this. Ja, ich hab nur 40 HP, ich muss drängen. Let's do this. Oh Gott. Wollte man hier echt flacher Witze. Bin oben. Ich auch. Nimm ein. Da steht hier kein Tank. Ja, gut, komm mal. Ich rusche. Du rusche. Rushby, rushby. Ich ruschi. Ist halt echt rushby. Ich geh. Oh, warte mal. Ich guck wieder unten in den Keller rein. In meine Lieblingsräume. Und aim ab. Ich aim ab. Nichts hält mich am Boden. Aua. Linke Seite. Am äußeren Kanz steht jemand. Da sind schon... Guckt jetzt rein. Ich weiß halt nicht, welche von euch welche ist. Der, wo die ganze Zeit bog, runter und hoch rennt. Ja, was weiß ich denn. Bei Bleddick irgendwo in der Nähe ist einer. Haben wir. Hab einen weg. Ja, die läuft doch schon viel besser, die Waffe. Ja, das hätte ich. Conqueror Service da. 10.000. Alles klar. Von unten kommt da nicht. Ich hab glaube ich einen Rotpunkt gesehen. Ich weiß nicht, ob es von unserem Mate war oder nicht. Wir wollen über außen gehen. Über rechts außen kommen ganz viele, hab ich gerade gesehen. Da hinten kommt ein... ähm... Ding ins Küchen. Das sind drei Stück. Drei Stück rechts außen. Oh fuck, ich bin auf der anderen Seite. Komm jetzt auch über links außen. Ach... Hier... Hier bei mir, hier bei mir. Als ob der nicht stirbt. Fuck. Oh mein Gott. Jaaaa, die Granate schmeißt er mir direkt ins Gesicht. Das klingt nicht gut von der Musik her. Nein, nein. Wir verlieren gerade. 12, 17. Ja, fast gut. Ich bin 14. 17, 15. Scheiße. 12, 14. Naja. War ja so fast gut. Oh, fast. Du hast 12, 17, ja? Sascha, nicht 12, 14. 12, 14 bin ich. Ich hab 12, 17 gesagt. Achso. Es hat sich angehört wie 14. Ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei den anderen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö, tschö.